Servus und willkommen zu diesem kurzen, informativen Video in der Bundesfirmenanstalt. Schön, dass ihr da seid. Ja, es wird heute tatsächlich nur ganz kurz. Ich habe halt nämlich auch gar nicht so viel Zeit. Ich meine, im Laufe der Woche geht es natürlich wieder mit dem normalen Programm weiter. Aber ich habe noch ein bisschen was für euch. Denn im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, ihr könnt es euch vielleicht erinnern, haben ja quasi hier in der Anstalt einmal so ein kleines Podcast-Projekt gestartet. Ja, den BFA-Podcast mit so einem kleinen, ja, es war jetzt nicht direkt ein Jahresüberblick. Es war so ein Quatsch-Podcast, wo wir einfach da zu, ich glaube zu viert oder was war wir, da so ein bisschen über alles Mögliche geredet haben. Und dieser Podcast ist tatsächlich, muss ich sagen, ziemlich gut angekommen bei euch. Ja, was mich sehr gewundert hat, weil das Ding hat über drei Stunden gedauert und war absolut der Wahnsinn. Und wir haben eigentlich ja überhaupt keine Podcast-Erfahrung irgendwie gehabt. Aber anscheinend war es doch recht interessant. Und deswegen haben wir uns gedacht, also mir, das ist praktisch mein Team und ich, ja, das machen wir nochmal. Das machen wir vielleicht jetzt auch wirklich regelmäßig, ja, vielleicht so einmal im Monat, ja, sowas. Das machen wir da so ein bisschen ein Podcast aufnehmen. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn wir jetzt für den nächsten Podcast, den wir jetzt zur Aufnahme für Ende Januar, also konkret für nächstes Wochenende geplant haben, uns noch einen speziellen Gast dazu holen. Und was würde sich da besser anbieten, weil wir ja im letzten Podcast gegen Ende schon 84 Entertainment thematisiert haben und praktisch das Comeback von 84 Entertainment. Ja, was würde sich denn da besser anbieten, wenn 84 Entertainment in der Anstalt zu Besuch wäre? Und deswegen haben wir gedacht, mein Gott, jetzt fragst du halt den René einmal, ob er Bock hat, gesagt, getan und der René hat gesagt, ja, super, das machen wir. Ich komme vorbei und wir nehmen zusammen einen lustigen Podcast auf mit, was weiß ich, allen möglichen verrückten Themen, über was wir alles reden werden. Italokino, die aktuellen Veröffentlichungen, vergangene Veröffentlichungen, alles Mögliche, ja. Und was bietet sich da natürlich noch mehr an, wenn wir einen René schon mal da haben, dass ihr natürlich vielleicht die eine oder andere Frage stellen könnt. Ich meine, klar, wir machen da natürlich jetzt kein Live-Event, sondern das wird natürlich eine Podcast-Aufnahme. Aber wie wäre es denn, wenn Sie ganz einfach eure Fragen, die Sie vielleicht habt, an 84 Entertainment, ja, oder an uns, an das Podcast-Team, an die Anstalt, Fragen zum letzten Podcast, zu zukünftigen Podcasts, wir nehmen euch einfach ein bisschen mit, wie wäre es denn, oder? Deshalb, dieses kurze Infovideo, wenn Sie für die nächsten Podcasts, Aufnahme wird am 27. Januar sein, am Samstag, wenn Sie bis dahin Themen, Fragen habt, ja, was Sie vielleicht gerne hören wollt, im Zusammenhang, vielleicht mit 84 Entertainment und dem Comeback von 84 Entertainment, ja, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, ja, ab in die Kommentare, ja, und dann schauen wir doch einfach einmal, was da Interessantes dabei ist. Wenn Sie es nicht in die Kommentare schreiben wollt, dann könnt Sie natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an bundesfirmanstalt.web.de, die E-Mail-Adresse steht natürlich unten in der Videobeschreibung, da könnt Sie es natürlich auch sehr gerne hinschreiben. Natürlich, wir müssen nochmal schauen, wie das zeitlich passt, der letzte Podcast war, extrem lang, mit drei Stunden, wir wollen es diesmal ein bisschen kürzer halten, ja, damit es nicht ganz so wahnsinnig wird. Also schauen wir einmal, dann bitte nicht böse sein, wenn wir vielleicht nicht jede einzelne Frage abfrühstücken werden, aber wir schauen, dass wir so viel wie möglich da mit reinpacken, ja, dass Sie da so ein bisschen einfach direkt mit dabei sind. Gehen wir ein bisschen in die Interaktion und dann starten wir einfach mit Podcast Folge 2. Geplant ist es mal so, ich würde sagen, der kommt dann am Sonntag am 28. Ich hoffe, das passt zeitplanmäßig. Wenn wir alle so hinkriegen, wie geplant, ich hoffe ja und ich hoffe, wir werden zusammen wieder sehr viel Spaß haben und schreibt natürlich gerne auch euer Feedback jetzt hier nochmal drunter, wie fandet ihr den letzten Podcast, habt ihr Vorschläge, habt ihr Themenvorschläge, vielleicht was ihr auch in Zukunft hören wollt, ja, und wie gefällt euch generell so ein Podcast-Format? Schreibt es alles in die Kommentare und natürlich Fragen an 84 Entertainment. Ich freue mich riesig drauf, das wird absolut großartig, ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben miteinander und ja, das wird super, so machen wir das. Also, alles ab in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video oder spätestens bis zum Podcast Folge 2 hier in der Bundesfirmananstalt. Ich freue mich auf euch. Bis da.